Oder auch herzlich willkommen zu Goat Simulator hier auf RaccoonCast. Mein Name ist Tavgandil und ich habe dieses Spiel gesehen und dachte, ähm, ja, ja, mehr kann man einfach nicht dazu sagen. Wir sind eine Ziege. Und, ähm, in der Beschreibung steht es auf Steam so ein bisschen drin. Ich habe den Link unten in der Beschreibung drin. Aber auf Steam in der Beschreibung steht drin, dass es so etwas Ähnliches ist wie Tony Hawk Pro Skater. Was ich früher sehr, sehr gerne gespielt habe. Und das Spiel ist ziemlich buggy. Das soll wohl aber auch so sein und so bleiben. Das Einzige, was gelöst werden soll, welche Probleme, ähm, sind Performance-Probleme. Das heißt, die das Spiel wirklich zum, ähm, zum Abbruch führen. Und ansonsten, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, ja, kostet 10 Euro. Ähm, dürfte, oder ist am 1. April. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Ähm, ist das verfügbar. Und, ähm, ja, da könnt ihr euch auf Steam dann holen. Ihr könnt aber auch schon, wie ich das gemacht habe, ähm, auf der Webseite. Ja, ja, links seht ihr, ähm, ihr könnt ihr auf der Webseite kaufen, pre-ordern quasi. Wobei, wenn das Video hochgeladen ist, sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Dann könnt ihr auch über Steam kaufen. Das ist kein Problem. Äh, auf der linken Seite, da seht ihr Flipping Easy. Also, ich hab hier schon ein paar Quests gemacht. Da Jump over an Obstacle und sowas. Das sind ganz einfache Sachen gewesen. Und wir versuchen das einfach so ein bisschen durchzugehen. So, ja, genau. Wir versuchen hier, ähm, ein paar Aufgaben zu lösen. Und währenddessen versuchen wir auch, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Oh. Und was ziemlich geil ist. Mit der Zunge die Leute und andere Sachen annehmen. Wie geil ist das denn? Gegen den... Ah, Hit by Truck. Ah, das haben wir auch gemacht. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Ähm. Ah. Auf, Ruhe. Oh, look. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Wow. 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 Was zur Hölle. Was zur Hölle. Oh, Mann. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ah. Oh, je. Komm jetzt. Ah. Yeah. Flippend easy. Das haben wir geschafft. Noch ein Object. This distance. 250 Meter. Na, das bekommen wir noch hin. Würde ich sagen. Ah. Wie es rennt. Sehr geil. Ja. Party Crasher. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, je. Wie geil. Oh, je. Wie geil. Oh, Mann. Oh. Ich merke schon. Das Starspiel. Das wird zerärmer. Oh, Mann. Oh, je. Wie es hüpft. Wie es hüpft. Wie es hüpft. Oh, Leck. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Ah. Passt auf. Ich zeige euch was. Was ziemlich genial ist. Oder? Wie siehst du das? Genau. Würde ich nämlich auch sagen. Rackdoll. Rackdoll. Oh, Leck. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Ich muss ein bisschen rauszoomen. Dann geht das ein bisschen einfacher. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Nein. Nein. Ja. Ah. Verdammt. Na gut. Dann. Gehen wir hier raus dann. Ah. Na, fast. Die Musik ist auch so geil. Ach, nee. Das hat nicht funktioniert. So. Irgendein Objekt 250 Meter weit stoßen. Da gucken wir doch mal. Ob wir das irgendwie hinbekommen. Ähm. Wo können wir denn hingehen? So. Ähm. Eine Baustelle. Oh, Leck. Ein Fahrrad. Oh, je. Ich will den Schubkarren. Ich will den Schubkarren. Yeah. Sehr schön. Das da gefällt mir. Mitkommen. 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 Oh, Leck. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Ähm. Kommen wir da drüber? Da ist die Tür zu. Kommen wir da drüber? Äh. Äh. Detail. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Ein bisschen. Ein bisschen schwierig. ich? Schubkarre. Wow. Oh, wie geil. Wie geil. Oh, da ist die Schubkarre. Können wir Leitern klettern? Natürlich. Wieso auch nicht? Wir nehmen mal den normalen Weg hier. Warum kann ich da nicht? Jetzt. Sehr schön. So. Liebe Schubkarre. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Liebe Schubkarre. Da loslassen. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Ne, das war nicht weit genug. Okay. Ein Beusen dahinten. Ich habe da eben was gesehen. Aufpassen. Das habe ich in dem Video gesehen. Los geht's. Oh, nee. Komm. Komm. Ja, komm. 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 Ey, wow. Oh, je. Wie geil. Wow. Wow. Und noch einmal. Wow. Wo ist denn jetzt der Ball hin eigentlich? Da oben liegt noch einer. Da liegt noch ein Ball. Da liegt noch ein Ball. Wow. Explosions everywhere. Oh, je. wie geil. Nein. 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 Ich möchte den Ball. Ach, verdammt. Na gut. Dann machen wir das so. Und alle im Gebäude. Nein. Aufräumen war gestern. Da ist der Ball von vorhin. Ich kann mich leider nicht zurückhalten. Ich kann mich leider nicht zurückhalten. Ragecoat. Oh, leck. Wie geil. Wie geil. Ah. Oh, je. Wen habe ich denn jetzt? Ah. Ich muss zugeben, ich finde die Musik auch ziemlich genial. Du bist jetzt dran. Oh, je. Ich liebe dieses Spiel. Was sollen wir denn? Achso. So. Jetzt habe ich die ganze Zeit am Anfang da gesagt, dass wir da, ähm, diese, ähm, diese, äh, Quests machen. Und da mache ich doch nur Scheiß. Ähm, na gut. Dann versuchen wir jetzt mal ein, äh, 720. Ja. Nein. Das hat nicht ganz gereicht. Gehen wir in die Mitte. Ja. 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 Hey. Oh. Oh. Naja gut. Na gut. Das Ding haben wir bekommen. Neun Sekunden. Was zur Hölle. Okay. Ah. 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 wir das noch hin. Irgendwie bekommen wir das hin. Auf jeden Fall. Aber ich glaube höher geht es irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl. Nee, höher scheint es nicht zu gehen. Kommt schon! Oh, verdammt. Das war ganz schön knapp da eben. Ich habe da einen Kragen gesehen. Da würde ich sagen, laufen wir doch mal hin. Es geht einfach so viel zu entdecken und so viel auch kaputt zu machen. Kann man das irgendwie kaputt machen? Nein. Kann ich den nehmen? Ich kann dran leben, aber bewegen tut er sich nicht. Na gut. So, können wir hier rauf? Können wir hier rauf? Natürlich können wir hier rauf. Da ist eine Leiter. Sehr schön. Das ist genau mein Humor. Ich liebe so etwas. Sehr schön. Sehr schön. So. Da unten steht ein Trampolin. Und da vorne sitzt jemand. Komm schon. Komm schon. Nein. Es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Aber das müssen wir direkt nochmal probieren. Aufstehen. Komm, aufstehen! Gib Arbeit! Wie geil! Wie geil, wie geil, wie geil! Es läuft. Oh man. noticing ist das Hammer. Oh jee. Was ist denn da? Was ist denn eigentlich da drinnen? Ist das ein Roboter? Okay. Ich würde sagen, es gibt viel zu entdecken, ne? Wow, 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 ruhig. Ganz ruhig. Ganz vorsichtig. Können wir da oben eigentlich... Ich glaube, da können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen von hier versuchen zu springen und zu treffen. Und das machen wir nicht. Nichts. Oh, Mann. Komm, spring runter. Oh, Leck, ist das geil. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Wie, nix mit... Also, ja, okay, gut. Sehr schön. Sehr schön. Was gibt's denn doch alles hier? Alte Spielmühlen. Aus Holz. Ne, die machen aber mit nix. Leck, eine Kartmaschine. Oh, oh. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Michael Bay. Sehr schön. Sehr schön. Ach, das ist alles schon kaputt. Na gut. Wie kommst du jetzt nicht mehr? Ich mag das haben. Leute, was geht ab? Das ist schon brutal. Oh. Ist schon brutal irgendwie, ne? Aber... Na ja. Was soll ich sagen? Das ist eine... Das ist eine Ziege. Wenn sie nicht weiß, hier sind es eine Ziege. Lass mich los jetzt. Jawohl. Rage-Ziege. Ich möchte da drüber über den Sound... Sehr schön. Fuck the boar. Was zur Hölle war das? Was hab ich gemacht? Ah, ja. Okay. Angingel hier rein. Sehr schön. Sehr schön. Oh, je. Ich liebe das. Was ist hier? Rackdoll Skate. Funktioniert das? Ach so, Rackdoll? Wie geil. Rackdoll! Ah, verdammt. Rackdoll Skating. Wuhu. Wuhu. Komm jetzt, aber... Nein. Goats. Größer Skate. Okay. 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 Sehr schön. Die Kisten sind voll im Weg hier. Was soll denn das? Oh, je. Wie geil. Komm jetzt aber... Oh, verdammt. Ich möchte durch den Ring. Ich möchte durch den Ring da. Durch den Ring da. Ach, verdammt. Naja, gut. Gucken wir mal, was es sonst noch hier gibt. Hier geht's hoch. Da gucken wir doch direkt mal, was es hier so alles gibt. Hoppla. Da vorne ist jemand. Beobachtet was? Wow, wow, wow. Ruhig. Ganz ruhig. Komm mal mit. Komm mal mit. Was ist das hier? Oh mein Gott. Oh je. Wie geil ist das denn bitte? Ah, da bleiben wir einfach neun Sekunden, würde ich mal sagen, ne? Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Tada. Get a total score this big. 500.000. Das bekommen wir auch noch hin. Wow, 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 wow. Komm mal mit. Komm mal mit. Ne, nicht den Stuhl. Stuhl möchte ich nicht. Nein, möchte ich auch nicht. Nein, möchte ich nicht. Nein. 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 Ich möchte den Stuhl nicht. Ich möchte... Nein. Komm her. Sehr schön. So. Jetzt gucken wir mal hier. Wow, 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 wow. 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 Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Oh je. Was machst du da? Was machst du da? Ich möchte da rein. Was ist los? Ja, kannst du da jetzt... Ich möchte da rein. Ich möchte da rein. Ich möchte da rein. Rein, 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 rein. Ja, ja. Komm her. Okay. Oh je, wie geil. Zack. Da waren wir auch noch nicht. Sehr schön. Gucken wir doch nicht direkt mal. Wow, Auto. Oh, und bei Hillbilly. Warte mal, pass mal auf. Ah. Da gucken wir mal, wer hier. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh. Ach, verdammt. Wieso denn? Wieso denn? Ich mach doch da voll so... Rainbow. Oh, Mann. Egal. Okay, ich versuch dann zu lecken. Ich versuch dann zu lecken. Ah. Okay. Okay. Jetzt kommt er. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Nein, hat nicht funktioniert. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja, komm, komm, komm. Nein, funktioniert nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Komm, 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 komm. Ich möchte dran lecken. Yeah. Oh, wie geil. Green. Oh, Mann. Da haben Leute umgerannt. Oh, je. Wie geil. Oh, je. Wie geil. Oh, je. Und loslassen. Der arme Kerl. Da läuft einer. Ach so, der wollte wegrennen. Sehr geil. Da ist ein Kreis. Oh. Ich hab Stonehenge kaputt gemacht. Headbutter. Goathenge. Ach so. Entschuldigung. Trash the Goathenge. Natürlich. Konnte ich nur so doof sein. The Goathenge. Oh, Mann. Kann man da raus? Nee, ich glaub, das sieht nach dem Ende des Levels aus. Oh, je. Oh, je, Leute. Das da wird noch ein weiterer Spaß. Ich glaub, da gibt's noch Unmengen von Zeugs zu entdecken. Komm schon, geh kaputt. Oh, Mann. Nein. Nein, nicht hier. Nicht schon wieder da. Muss ich wieder zurücklaufen, Mensch. Oh, Mann. Oh, Leck, wie geil. Du, du. Sehr schön. Da ist auch eine Ziege drin. Ich würd sagen, wir laufen mal... Ah. Es ist schwieriger, als man glaubt. Wir laufen mal die Wendeltreppe hier hoch. Ganz langsam. Ganz langsam. Wir gucken jetzt noch, was da oben ist. Und... Oh, Leute. Goat Castle. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich und wir gucken das nächste Mal, wie es weitergeht. Meine Zunge. Okay, loslassen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked, abonniert, teilt dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao.